Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einer Überraschungstüte von Playmobil. Das ist Playmobil Figures. Zum Zusammenbauen und Sammeln eine Playmobil Figur aus der Serie 10. Ab 5 Jahren geeignet und hat die Playmobil Nummer 6840. Ich bin mal gespannt, was für eine Figur hier rauskommt. Das wird natürlich eine Überraschung. Und wenn ihr sehen wollt oder wissen wollt, wo wir dieses Spielzeug her haben, dann schaut doch in die Infobox. Also in die Beschreibung. Wow, so ein Roboter wäre eigentlich ganz cool. Oder auch so eine Geisterfigur, die leuchtet wahrscheinlich im Dunkeln. Steht hier ein Verfallsdatum. Nein, selbstverständlich nicht. Sollen wir das aufmachen? Nee, das war es heute, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn euch das Video gefallen hat. Nein, 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 natürlich nicht. Kriegen wir das auch ohne Schere auf? Ja, natürlich, natürlich. So, und was kommt jetzt hier raus? Da bin ich mal gespannt. Sieht nach einem Ritter irgendwie aus. Oder ein... Ja, super. Einfach mal zerreißen kann. Warum auch nicht? So, was könnte das denn sein? Ist das... Hä? Sieht nach einem Jäger aus, denn der hat hier auch so ein Gewehr dabei. Okay. Hm. Kombinationsbeispiel. Ja, ich glaube, das ist ein Jäger, Leute. Ich glaube, das ist hier unsere Figur. Und hier wird auch nochmal beschrieben, wie wir die Figur hier zusammensetzen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich die Besonderheit bei diesem Spielset. Wir müssen die Figur selber zusammenbauen. Normalerweise sind die ja eigentlich immer fertig, aber wir müssen die jetzt selber zusammenbauen. Sehr, sehr interessant. Dazu vielleicht hier die Arme. Das passt aber irgendwie nicht. Ah ja, genau. Denn das muss hier drauf, wenn ich das richtig sehe. So. Dann kommt das hier, glaube ich, drauf und da jetzt die Arme rein. Nee. Ich möchte noch nicht. Vielleicht eher so. Nee, der möchte nicht drin bleiben. Schon das erste Problem. Ah, jetzt? Vielleicht auch. Also hier erst die Arme rein. Und dann das da drauf. Vielleicht. Das kann auch sein. Nein, kann nicht sein. Mann! So, ich hoffe, es hat geklappt. Ja, jetzt hat es endlich mal geklappt. So, der Oberkörper steht jetzt auch schon mal. Wir haben hier einen Kopf. Der kann hier auch rein. Der geht mal ohne Probleme rein. Dann haben wir hier, glaube ich, auch noch ein Bad. Oder? Ist das richtig? Ich glaube, ja. Guck, glaube ich, hier ran. Also echt schwer, eigene Playmobil-Figuren hier zusammenzubauen. So, das passt. Dann kommen die Haare drauf. Okay, auch das hätten wir jetzt geschafft. Och, nö. Habe ich jetzt... Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ich muss die Weste noch drüber machen. Jetzt passt es aber endlich mal. Und wir sind eigentlich auch fast durch. Kommt hier noch die Mütze. Der Hut drauf. Und das hier noch zu. Okay. Hier haben wir noch zwei Ersatzteile. Falls mal was abfällt. Und hier das... Gewehr. So. Der Jäger als Überraschungspaket. Oder als Überraschungsfigur aus dem... Series 10. Also Serie 10. Playmobil-Figures. Eine Playmobil-Figur. Wir müssen hier eine eigene Playmobil-Figur zusammenbauen. Sehr, sehr coole Idee. Endlich mal. Wir wollten ja auch mal wissen, wie eine Playmobil-Figur einfach zusammengebaut wird. Und das haben wir jetzt geschafft. Ging ein bisschen komplizierter als ich da... Ja, so kompliziert war es nicht. Aber ich habe mich wieder schön doof angestellt, Leute. Heute der Jäger von Playmobil. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Welche Figur habt ihr denn schon in diesen Überraschungspaketen entdeckt? Würde uns sehr interessieren. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten, Leute. Aber trotzdem abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.